Im Rückstand Ehe Sundermann und hier Schönberg Christensen doch noch den Ausgleich schafften. Die Freude währte nicht lange, denn sie brachen an. Die letzten zehn Minuten. Genau genommen waren es nur noch acht. Da überwand der Uerdinger Feldhoff 96-Keeper Jörg Sievers und stoppte die Serie der seit sechs Spielen ungeschlagenen Hannoveraner. Dann kann ich absolut nicht verstehen, dass man zehn Minuten vor Schluss oder eine Viertelstunde vor Schluss einen Stürmer völlig frei stehen lassen kann und uns so einen Punkt, den wir uns redlich hierher hatten, verdient gehabt, wieder weggeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017